Unter ein aus der rechten Himmler! Altbier und Wieno, das ist lang noch nicht alles, was sie zu bieten hat. Wir haben den Letzten und das ist bekannt, den längsten und dicksten Spargel im Land. Das ist Pogdorf, es lädt dich herzlich ein. Komm nach Pogdorf, hier bist du nicht allein. Tour des Monats von iPhones, TSV-Fußball-Fieber, im Fernsehen die Sportschau, sie ehrten den Siegern. Verdammt lang her, verdammt lang her. Wir haben den Letzten und das ist bekannt, den längsten und dicksten Spargel im Land. Das ist Pogdorf, wir haben den Letzten und das ist bekannt, den längsten und dicksten Spargel im Land. Es lädt dich herzlich ein. Komm nach Pogdorf, hier bist du nicht allein. Das ist Pogdorf, es lädt dich herzlich ein. Komm nach Pogdorf, Soda-Fuhr, es bleiben im Raum. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feindlinge, Verreiter, Versager? Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Kompliment. Jetzt muss ich einsehen, dass meine Kameraden recht hatten. Was hat er daraus gemacht? Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Aber muss ja doch alles gesagt werden. Die Logik, der Frau. Mir ist es jetzt aufgegangen, für euch sind Sie gestorben. Für euch! Setzen Sie sofort einen Schreiben an Pasha Schukov auf. Hauen Sie im Ernst, der Führer weiß das nicht selbst, aber er wird niemals kapitulieren. Und damit Sie es nur wissen, wir auch nicht! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Oktober und Schwerdinger. Die Teile sind gelockt, die Lokalfaktion und Halleit. Und ich aus dem Socken. Welcome to Daniel. Dann sind die Garten-Sister. Ja! Nun versichst du die Stadt. Das ist Pogdorf. Es lädt dich herzlich ein. Komm nach Pogdorf. Hier bist du nie allein. Das ist Pogdorf. Wir feiern nicht zu knapp.